ja hallo messerfreundin herzlich willkommen zu einem neuen video wieder hier aus einem studio gott mal ding ja hier haben wir wieder ein paar schicke kleine slipjoint folder auf dem tisch die gefallen mir richtig gut ist so richtig schönes gentleman knife und zwar das mkm selina ein sehr schlanker schöner folder in wie immer inzwischen gewohnt unterschiedlichsten griffvariationen ausführungen titan alu holz mikata sozusagen arbeiten wir uns mal hier oben runter schöne kombination zwischen titan bolster und wir haben hier wieder santos holz kleine lanyard öse er diesen blauen accent um die klingenachs schraube ein bernley design böhler m3 90 stahl also nur vom feinsten hier diese dieser klingendurchbruch zum öffnen des slipjoints also voll 42a konform schöne scharfe schlanke spitze klinge also wunderbarer slicer und opener vom brieföffner bis zu food prep und das ganze in schönen dezenten schlanken abmessungen also richtig nice was mir gefällt sind hier hinten noch diese aus fräsungen am griff das ist richtig cool also es muss nicht immer ein schlankes dünnes kleines sebensa sein auch mkm baut hier wunderschöne slipjoint folder für den gentleman das ist natürlich cool in full titan also so richtig nobles genau das richtige für unseren christbohm schön hier das normale titan mit der blown klingenachs schraube hier etwas leichter noch und schön in schwarz in alu auch nicht schlecht nur so für den alltag everyday carry nicht schlecht handlage also für sage ich meine achte und halb bis neun kriegst du gerade noch so den kleinen finger hinten drauf aber das ist ja doch ein kleines edc taschenmesser und kein folder fürs camp hier schön mit micata für die micata freunde schöner 90 grad halbstopp ein bisschen sicherheit beim schließen und hier noch mal ein dunkel angelassenes so anodisiertes also bronze analysiertes titan würde ich mal sagen schön dunkel das hätte in den titan standardfarbe und hier ebenso bronze analysiert etwas dunkler sehr schön ja cooler cooler sind schon vorher in den anu gar nicht schlecht weil der ist super leicht und trotzdem super stabil alu schalen schön in schwarz ich denke mal im lauf der jahre kriegt das bestimmt schöne gebrauchsspuren so einem folder und da kommt natürlich diese blaue klingenachs schraube echt gut zum zur geltung mit dem schwarzen matt schwarz schöner schöner kleiner schwarzen folder natürlich in full titan was richtig edles und ja halbstopp schraubensauber versenkt er versenkt 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 kein clip na das ist ein gentleman folder dann steckst du dir in ein schönes feines etui in die hosentasche renzakku schön sauber durchgängige große feder geht in einem stück durch in die klingenöse klingenöse was sag ich denn lanyard löse hier hinten selina mkm hübsche italienerin würde ich mal sagen ja das ist natürlich super leicht super leicht unkompliziert unproblematisch schöne schwarze alu griffschalen ein toller edc gentleman folder sollte man mal genauer anschauen ich denke mal für freunde kleiner so wollen wir noch ein bisschen heran für freunde kleinerer edc taschenmesser und dann noch slipschein schön 42a konform dürfte hier die selina eine interessante partnerin werden wir freuen wir sehen uns mit sicherheit im nächsten video hier wieder aus dem studio gottmaning also immer schön werkzeug einstecken gefällt mir richtig gut das schwarze matt oder hier das angelassene das analysierte bronze titan hier ist ein bisschen schwerer massiv ich habe doch hier noch meinen kleinen zollstock wir können doch mal hier schnell schauen was haben wir hier für eine klingengeschichte also von sag ich mal spitze zu spitze reden wir hier von einer sieben zentimeter klinge also von daher perfekter edc folder für den alltag eine gesamtlänge von knapp über 17 17 und ein millimeter genau richtig für edc ok freunde jetzt aber ciao gleich noch ein kurzer nachtrag zur transportmöglichkeit der schlanke selina folder ist natürlich prädestiniert dafür den in einem da ja auch kein clip hat in einem etui zu transportieren und da sind natürlich die tfg edc wlt perfekt dafür in diese vorderen taschen passt dieser schlanke folder natürlich hervorragend rein oder in so ein single schieß mit der möglichkeit noch den kugelschreiber anzubringen auch hier passt natürlich dieses schlanke teil optimal hier rein um es dann so mit einem kleinen stift in der rosentasche zu transportieren verkratzt man auch nicht die schalen und hat natürlich noch ein hoher sicherheitsaspekt da kann natürlich nie was mit der klinge passieren und sieht halt auch einfach elegant aus so was in einem etui zu transportieren oder hier mit noch mehr zeug karte hinten drin folder kleines triple a lämpchen rein einwandfrei oder hier mit